Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wirtchen mitzureden habe. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Ich... Ja, ich habe während der Pause ein bisschen mehr Inventar aufgeräumt, ein bisschen aussortiert. Aber ansonsten nichts weiter groß gemacht. Und ja, wir haben hier noch ein paar Missionen offen. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Stadtbibliothek Bosnien. Wo haben wir die denn? Mh, uch, uch, meine Karte. Ah, nehmen wir die hier. Haben wir sie denn schon entdeckt? Ne. Gut, dann gehen wir mal schnell dorthin. Und latschen den Weg da rüber. Kann mir ja nicht so weit sein. Ah, man sieht schon etwas, was ich absolut gar nicht vermisst habe. Das sind die langen Monagezeiten. Naja. Das von General Atomax International vor dem Großen Krieg entwickelte Robohirn. Macht irgendwas ganz ganz tolles. Was? So, wir müssen nach da. Pala. Ach ja. Ich habe es ja ein bisschen vermisst vorher zu spielen. Muss ich ja sagen. Was haben wir hier? Luca Cherry und Luca Quantum. Sehr gut. Oh. Da ist doch schon mal hier ein Supermutter. Wir können in Schwierigkeiten sein. Was? Oh ja. Wie ist denn der getroffen heute? Wer redet da? Na, wo ist er da? Was hast du denn? Das hat Geld. Raketen. Gebt mir einfach ganz paar Hörten. Aber das nehmen wir mit. Okay. Aber wir müssen eh nach da. Huch. Wir gehen noch da oben. Na, wir hatten hier Stimmen gehört. Bestimmt irgendwo noch irgendwelche Wader. Hab ich gesehen? Ein wilder Mischling. Der ist schon mal weg. Wir sind nicht allein. Habt ihr geschlafen mit dem Versteckspiel? Der ist ja nicht. Der ist ja nicht der Händeste. Und Snack, Snack. Krampf brauchen wir nicht. Oh, was hast du? Festgehalten zur Blutprobe. Danke. So. Ich habe mir hier vorgenommen ein paar Sachen mitzunehmen, die ich habe mir vorgenommen. die wir zerlegen können. Dass wir mal ein paar Waffen-Motzen und so weiter bauen können. Luca Cherry. Mal gucken, ob das so eine gute Idee ist. Abgeschlossen. Geht zur Stabilität. Gib das Überpflegebuch zurück. Ah, ich bin doch noch gar nicht da. Da wird drum geballert. Hinsperren. Verbessertes. Oh je. Oh. Das war schwer. Na den geben wir mal das Buch zurück, ne? Irgendwann. Zeitnah. Achtung. Sicherheitsverstoß am U-Bahn-Eingang. Besucher und Personal sollten Entdeckung nicht durchverhalten. Okay. Das ist nicht mehr Entdeckung. Der ist böse. Okay. Naja. Wir geben erstmal das Buch zurück. Willkommen bei der Belohnungsmaschine für Buchrückgabe. Hier können Sie Ihr überfälliges Buch zurückgeben, sowie eine Reihe lustige Artikel für Ihre gesammelte Buchrückgabemarken erhalten. Ah ja. Na dann, zurück. Für jedes zurückgegebene Buch werden Ihnen fünf Buchrückgabemarken gutgeschrieben. Die Marken können Sie verwenden, um Preise aus der Maschine zu erhalten. Möchten Sie Ihre gesamten überfälligen Bücher zurückgeben? Kein Problem. Marken ausgeben. Ich habe zurzeit zwölf Marken. Ah ja. Uiuiui. Kreide. Jangle ist der Mondaffe. Ah ja. Das war es erstmal. Zurück. Wir sollen ja... Ein MG Geschützturm. Das mag ich gar nicht. Wir sollen ja hier alles von Gittermutter machen. Otsch. Joa. Ähm. So viel dazu, ne? Ich weiß einfach eine Granate vor meine Nase. Das ist ja ganz schön frech. Achtung. Sicherheitsverstoß am U-Bahn-Eingang. Besucher auf der Banal-Bahn-Kritte. Schnelldurchlauf. Buch zurück. Ja. Verhalten. Wo kam der her? Frag ich mich aber auf einmal hinterher. Schnelldurch. Schnelldurch. Ah ja. Oh, der geht ganz schnell die Post ab. Schnelldurch. Ja, der ist ab. Ja, der ist ab. Ja, der ist ab. Und dann kam der dann hinter uns rein. Und jetzt steht er da? Mal gucken wir gleich. Und dann muss die sich da selber verhauen. guck mal was wir hier so rumliegen coca cola oh er ist nett super mutant das ist ja auch blöd auf mich das ist ja doch ich habe alles getan ok ok das war ja gemein ich habe dir gar nichts getan mein Freund ich wollte dir sogar noch helfen ich glaube wir haben uns nicht eingeschränkt ob wir uns nicht eingeschränkt haben ob wir uns nicht eingeschränkt haben Ciao der Mutantenmund ok wir nehmen die Fusionszellen mit na da gehts wieder und von dir nehmen wir auch noch die Vakuumröhre mit hey fest kleine Schleichratte das will ich nicht gehört haben ah ok keine einzelnen Fächer immer gut ja vorklitzgeld ist immer gut mhm 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 mal hier A-Klammerbox danke so mal gucken ob wir noch mehr finden wollen kapital verbranntes wirtschaftsmagazin naja ein überpflegiges bruch dankeschön so schritte lass mich da durch da liegt ein toter Protektor da liegt ein toter Protektor aber er ist tot das ist störter oh was bist du hässlicher Mutanten vorsicht vorsicht aber vor oh die legendäre Super Mutanten siehst oh oh die hat es erschossen ah der hat nen Minigun er hatte eine mini gun ja auch dann schießen wir weiterhin in den rechten arm vielleicht notiert er gleich wieder da muss man kurz eins zum wegnehmen da bist du hin jetzt sind alle knapp sind wir noch in gefahr ja 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 das war aber auch ein wir haben aber freibliothek und kurz haben aber geschafft radiumgewehr explosiv plus 15 explosionsflächenschaden ps 378 das ist doch nett dankeschön dankeschön mini kann plus nette sachen hier noch nicht etwas was hier gar mit linker still knochen des linken abends position gedanke leute so geht hierhin playstation ich glaube wir sind noch nicht durch gibt es bestimmt noch was zu finden zum beispiel euch hier position können nämlich echt gut gebrauchen und so langweilig überladen sind können wir einiges mitnehmen du stehst ja auch schon länger rum das war mal hier danke danke arznei nehmen wir genau abgesehen von mutanten mikroskop da ist viel zeug drin das nehmen wir mit ja ich habe mir jetzt vorgenommen dass ich hier ganzen zeugs war den ganzen zeug das ganze zeugs verein sammeln aber dann zwischen folgen wir mal ein bisschen aussortieren was nicht immer in den folgen machen müssen ist ja ein bisschen lästig ne wow 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 warum 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 denn ich hab mir doch geholfen hier alles zu befreien ihr seid ja drauf naja oh ein klassikkürbis schick schick munition danke danke nehmen wir das nehmen wir auch gut gut wenn wir hier können noch mal die waffe wechseln weil ja jetzt sind bald alle 10 schuss ach quatsch 72 schuss 1110 schuss macht auch kaum schaden was wiegt das ding gewicht 27 mal 4 her wollen aber hier noch ein bisschen schuss und mal wie das ding abgeht eine granate dankeschön und die kam von hinten rein ja die haben uns ja vorhin erwischt gehabt das noch und du hast nichts mehr ok na gut dann geh doch mal runter oder was ist das hier noch ist nur deko ne